Heute werden wir Bad Ball spielen! Den hast du super für uns gebaut, Mo. Er ist perfekt für unser Spiel. Allerdings nicht, wa? Er ist magnetisch. Er haftet an euren Karosserien. Ja! Was spielen wir nochmal? Bad Ball! Gibt es das denn? Schon bald, wir müssen es nur erfinden. Dann sollten wir erstmal ein paar Regeln aufstellen. Gut, da das offensichtlich ein Spiel für Fahrzeuge ist, fährt man mit dem Ball herum und passt ihn zu einem Teamkameraden. Wie wäre es, wenn man Punkte erhält, wenn man den Ball in das Tor des anderen Teams wirft? So etwa? Das sieht doch schon super aus! Ja, das ist mal Reifensport! Oh, toll, gefällt mir! Ja! Das funktioniert! Oh, das Spiel wird der Oberknaller! Teilen wir uns in Teams auf! Okay, ich schließe meine Augen und der Zufall entscheidet. Dreh mich mal im Kreis, Bam! Gute Idee! Die ersten zwei Fahrzeuge, auf die du zeigst, sind in meinem Team. Dreh den Mo! Dreh den Mo! Ach, wie toll! Ich bin in Bams Team! Dreh den Mo! Dreh den Mo! Ich bin auch in Bams Team! Zu eurem Glück bin ich eine der besten Wettballspielerinnen auf der Welt! Okay, Buff, ich schätze, du bist mit mir in Team Bibi. Okay, aber können wir das Team nach uns beiden benennen? Nehmen wir doch die ersten Buchstaben unserer Namen! Das finde ich besser! Das ist doch mal eine Idee! Also sind wir Team Bibi! Ja! Das ist deutlich besser! Alles klar! Wir haben unsere Teams! Und jetzt ist es Zeit zu spielen! Was ist mit mir, Bam? Oh, oh ja! Ich habe einen richtig wichtigen Job für dich, Mo! Du kannst der Schiri sein! Der Schiri? Na, braucht ihr denn keinen sechsten Spieler? Naja, das ist ein Spiel für Fahrzeuge, Mo! Wir werden schnell fahren und scharfe Kurven nehmen und große Sprünge machen! Ich verspreche, dass ich später was anderes mit dir spiele! Okay? Okay! Das Spiel beginnt! Los geht's! Marsch und Bam! Okay! Wahnsinn! Eingeloggt! Ein Punkt für Bams Team! Ufa! Gespielt! Sehr guter Schutz, Red! Hier kommt der Buff-Meister! Wow! So cool! Zeit für einen Batslammer-Jammer! Wuhu! Nein, ich spiel dich defensiv aus! Defensiv! Defensiv! Ja! Du hast unzulässig den Batarang benutzt! Du bekommst eine gelbe Bat-Karte! Oh, komm schon! Ich habe ihn nur benutzt, weil hier zwei gegen drei spielen! Das bedeutet, dass das andere Team immer einen Vorteil hat! Bibi hat recht! Wir brauchen noch einen Spieler! Oh! Nimm mich! Nimm mich! Oh! Ich verspreche gut zu sein! Diese winzigen Räder haben bedeutend mehr drauf, als ihr denkt, ihr Lieben! Wuhu! 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 Also, habe ich es in euer Team geschafft? Hahaha! Heute nicht, Mo! Aber du bist ein super toller Schiri! Alarm! Catwoman wurde gerade beim Einbruch in die Diamantenbörse von Gotham gesichtet! Batman braucht dich, Belle! Ich bin bereit! Ich schätze, unser Spiel liegt erstmal auf Eis!